Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zur letzten Bücherwoche des Jahres 2018, wobei es ja theoretisch die erste Bücherwoche im neuen Jahr ist. Ja, das kommt davon, wenn man diese zeitliche Versetzung einfach irgendwie hat. Ja, wir sprechen über die letzte Woche im Jahr, über die Weihnachtswoche und solltet ihr meine beiden Videos jetzt, die Jahresrückblicke noch nicht gesehen haben, dann natürlich auch an dieser Stelle nochmal ein gesundes neues Jahr. Und ich habe ja mit meinen beiden Jahresrückblicken einmal über Serien und Filme und einmal über die Bücher ja schon den Blick zurückgeworfen. Die drei heute gelesenen Bücher zählen natürlich noch in 18, weil es ja eben einfach die Weihnachtswoche sozusagen war. Ja, und es ist jetzt dann doch eigentlich so die letzte Bücherwoche, die ich auch drehe im alten Jahr und auch zum Drehen zumindest relativ früh dran bin und ja, ich das so ja auch ein bisschen was vorgedreht habe, weil ja, ich mir vielleicht auch mal so eine Woche Drehauszeit dann einfach nehmen möchte, ohne dass ihr das groß irgendwie merkt. Aber ja, es war die Weihnachtswoche, es war sehr entspannend, sehr schön und sehr ruhig und ich habe das sehr, sehr genossen mit Büchern, mit Serien, mit Menschen, die ich mag, liebe, im Herzen habe, einfach diese Momente auch zu genießen und es war wirklich sehr schön. Ich habe zwei Tage die Woche gearbeitet, es war auch sehr stressfrei. Ja, es ist natürlich einfach zwischen den Jahren immer nicht so viel zu tun und ja, habe auch das doch recht angenehme Wetter, für mich zumindest sehr genossen, auch wenn es doch recht nass war, bin ich doch ganz froh, dass es nicht unbedingt weiß war. Ich bin halt einfach nicht der größte Schneefan, von daher bin ich immer jeden Tag froh, wo ich mein Auto nicht frei von Schnee schaufeln muss. Und ja, in dieser Woche gab es drei Bücher, die ich gelesen habe und es gab wieder ein bisschen was Gilmore Girls. Ich habe Staffel 3 beendet, Staffel 4 gestartet und ja, werde da auch einfach weitergucken und ja, dazu dann natürlich auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, es waren allesamt Bücher, die ich nicht hier habe, das heißt E-Books und auch ein Hörbuch und die blende ich euch dann natürlich ein. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox, auch was ein Rezensionsexemplar ist und ähnliches. Guckt da einfach unten rein, da findet ihr alles dazu und ja, natürlich zum Beispiel auch Instagram, Facebook, den Leseclub und solche Dinge findet ihr auch alles unten. Ja, damit starten wir einfach mal mit den drei Büchern. Das erste Buch der Woche war Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Ein Buch, von dem ich schon sehr viel Positives gehört habe, was ja auch von verschiedensten Menschen so in meinem privaten Umfeld schon gelesen wurde und ich einfach sehr gespannt war, ob mir dieses Buch etwas Neues erzählen kann und was es mit diesem Kind in einem so auf sich hat. Parallel gehört habe ich dann schon Die Schokoladenvilla, der erste Teil von Maria Nicolai. Auch ein Buch, von dem ich schon sehr viel Positives gehört habe, was eben auch so ein bisschen in die Richtung Clifton-Saga passt, Hansen-Saga so sich einstimmt, vielleicht auch die Frauen vom Löwenhof, eben ein bisschen was Historisches, eben auch um Schokolade, was natürlich perfekt auch zu dieser Jahreszeit passt. Und dann habe ich mich noch ein bisschen weihnachtlich, ja, im Grunde in einem Buch verloren und zwar ist das das Weihnachtscafé in Manhattan von Catherine Gabera. Hatte ich auf meiner Leseliste für dieses Weihnachten, habe es vorher leider nicht mehr geschafft, aber es ist ja nach wie vor Weihnachtsstimmung und da kann man dieses Buch natürlich, denke ich, auch noch sogar im Januar lesen. Wir starten mit dem ersten Buch, ein bisschen ausführlicher, und zwar Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Ein Buch, das, wie gesagt, ich schon sehr oft gehört habe, dass es etwas in den Leuten verändert hat, bewegt hat, dass ihnen manches doch ganz klar wurde und ich einfach sehr gespannt und neugierig darauf war. Ich glaube, es wäre vielleicht als echtes Buch, wenn man auch dieses Arbeitsbuch dann irgendwie mitnutzen kann, vielleicht tatsächlich eine Spur besser gewesen, als es zu lesen als E-Book, aber ja, ich habe es jetzt eben als E-Book gehabt und habe es da jetzt im Grunde auch gelesen. Die Autorin ist Diplom-Psychologin und hat eine freie Praxis in Trier und ihr Hauptthema ist Bindungsangst. Das ist jetzt ein Thema, womit ich nicht allzu viel anfangen kann und auch im Nachgang, wenn ich über dieses Buch nachdenke, merke, dass das ein Thema ist, was mich nicht wirklich betrifft und was nicht der Anreiz dafür war, zu diesem Buch zu greifen. Sehr schön fand ich das erste Zitat, das ich auch mir mal aufgeschrieben habe und zwar heißt es, die meisten Schatten in unserem Leben rühren daher, dass wir uns selbst in der Sonne stehen. Von Ralph Waldo Ermessen und ich finde dieses Zitat wirklich total gelungen, weil ich glaube, das ist tatsächlich oft so, dass wir uns einfach selbst oft im Weg stehen und gerade wenn man sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, mit was ist in einem, mit den Gefühlen, mit den Gedanken, ganz egal, in welcher Art man das tut, wenn man sich einfach so für sich selbst interessiert und darüber liest, dann merkt man das ganz oft, dass man sich mit seinen Gedanken und Ähnlichem einfach selbst blockiert und dass man daran im Grunde arbeiten kann, wenn man das möchte und auch dafür frei ist und das klingt jetzt wieder esoterischer, als es ist, aber ja, ich fand dieses Zitat einfach sehr treffend, auch so grundsätzlich, wenn ich so daran zurückdenke, als ich begonnen habe, so über mein Leben, meinen Weg irgendwo nachzudenken, dass ich dachte, ja, man stand sich einfach sehr oft selbst im Weg beziehungsweise hat sich auch in den Weg stellen lassen, selbst von anderen durch andere oder als man eben dachte, man müsste da stehen, also ja, aber gut. Ja, sehr schön finde ich im Grunde die Aussage, auch so ein bisschen das Buch, woran es geht, dass man eben Freundschaft mit seinem inneren Kind schließen sollte, denn dann lassen sich eben auch einfach Konflikte untereinander, egal ob es in Beziehungen, in Partnerschaften ist, aber natürlich in jeder Beziehung, auch in Freundschaft, in der Familie viel leichter lösen und man wird im Grunde dadurch dann natürlich glücklicher und es gibt auch auf einige Probleme Antworten. Man erfährt in diesem Buch sehr gut, wie man sein Verhalten vor dem Hintergrund der kindlichen Prägung reflektieren kann und wie man das auch sollte, also dass man schon sehr viel in der Kindheit findet, auch also in dieser ganze Prägungsphase, in der wir eben als Kind Jugendliche sind, dass wir da sehr viel mehr mitnehmen, als uns wahrscheinlich bewusst ist und man sollte sich das eben auch einfach mal bewusst machen. Zudem kennen wir ja alle auch Glaubenssätze von unseren Eltern, von Lehrern, von was uns eben in diesen Zeiten auch, ich sage jetzt mal, gepredigt wurde und die kennt man eben seit der Kindheit und man hinterfragt die sehr selten. Man glaubt eben daran, dass erst nach der Arbeit das Vergnügen kommt und wenn man aber manche Glaubenssätze eben einfach hinterfragt und sich denkt, ist das tatsächlich so und warum muss überhaupt harte Arbeit sein, wenn eben das Vergnügen vielleicht einem zuerst viel besser tun würde oder ähnliches und man lernt im Grunde ein bisschen mit diesen Ansätzen von Stefanie Stahl das im Grunde zu hinterfragen und man kann eben auch Ideen greifbarer erhalten, die dieses Glaubenssätze hinterfragen, vielleicht sogar ändern, vielleicht umprogrammieren, dann eben auch dieses Problem, was man damit hat zu lösen. Was ich tatsächlich ein bisschen zu wenig fand, ist, dass es sehr wenige direkte Lösungen gibt beziehungsweise viele Theorien zu wenigen Beispielen gab, was ich ein bisschen schade fand, weil ich so tatsächlich nur sehr wenig für mich selbst, für mein eigenes inneres Kind, was ich tatsächlich merkte, dass ich es schon relativ gut kenne, ohne es zu wissen, dann doch nicht ganz so weitergeholfen hat, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Der Schreibstil war sehr flüssig, man konnte den Gedanken von Stefanie Stahl wirklich sehr gut folgen, es war schon irgendwie auch logisch aufgebaut, es war erklärt und es hat zum Lesen wirklich Spaß gemacht, weil eben kaum, ich sage jetzt mal, fachchinesische Wörter oder Ansätze dazu verwendet wurden. Was ich eben wichtig finde, dass das, was man liest, das eben auch begreift, das ist natürlich bei Sachbüchern um einiges vielleicht sogar wichtiger oder gerade auch, wenn es so um das Selbsterkennen geht, als es vielleicht bei einem Roman der Fall ist. Es ist tatsächlich schon eher was für Anfänger, für Menschen, die irgendwie auch unter ihrem eigenen Charakter leiden, die merken, dass sie sich selbst im Weg stehen. Ich muss ehrlich gestehen, dazu zähle ich mich persönlich nur in sehr wenigen Momenten meines Lebens. Ich merke, dass ich doch schon ein paar Schritte weiter bin in dieser Selbstreflexion, in diesem sich von Glaubenssätzen freimachen, auch einfach mal so sein Ding zu tun, egal wie das andere finden. Ich auch irgendwann aufgehört habe, mich für manche Dinge zu rechtfertigen, was ja oftmals beginnt, wenn man gegen den Strom irgendwo schwimmt, dass man sich ständig gefühlt, dass man sich rechtfertigen muss, was eben auch eine Reaktion des inneren Kindes ist. Und ich bin da einfach schon ein bisschen weiter, glaube aber, dass dieses Buch, wenn man wirklich so zum ersten, zweiten Mal sich darüber Gedanken macht und vielleicht noch nicht viel darüber gelesen hat, dass man darin wirklich wunderbare Ansätze findet, um sein inneres Kind zu finden und sich auch selbst. Was mich ein bisschen gestört hat von Stephanie Stahl ist, wie sie Gefühle in Kategorien gepackt hat. Grundsätzlich sind natürlich Gefühle für jeden sehr individuell. Und mir hat nicht gefallen, dass sie bei negativen Gefühlen gesagt hat, dass das schlechte Gefühle sind. Denn es gibt an und für sich kein gutes und kein schlechtes Gefühl. Es gibt auch kein Gefühl, was man nicht haben sollte. Denn auch Trauer, Wut, wenn man das als schlechtes Gefühl betitelt, diese Gefühle sind für etwas gut, nämlich meistens für einen selbst. Und ich finde es tatsächlich sehr schade, dass sie in diesen Böse- und Gut-Kategorien gedacht hat und eben Gefühle auch irgendwie eingeordnet hat. Denn das ist was, was mir tatsächlich nicht gefallen hat, was ich aus anderen Büchern, anderen Dingen, die ich gelesen oder gehört habe, im Grunde eigentlich schon gesagt habe, okay, es stimmt, alle Gefühle sind gut. Auch negative Gefühle haben etwas Positives. Und das ist für mich so eigentlich ein Schritt zurück, wo ich dachte, diese Gedanken dazu möchte ich mir persönlich eigentlich gar nicht annehmen, weil Gefühle per se erstmal irgendwo neutral sind. Und dann eben, wenn man von außen sozusagen drauf guckt, auf dieses Gefühl, wo kommt es her, warum hatte ich es jetzt? Erst dann bekommt es eigentlich eine Wirkung. Und es gibt eben immer einen Grund, weswegen ein Gefühl so ist, wie es ist. Also, ja, per se eben einfach zu sagen, dass das schlecht ist, fand ich nicht schön. Und das hat mich tatsächlich an mancher Stelle doch ein bisschen gestört. Auch wirkte mir die Autorin viel zu kühl und gefühllos. Und es macht es für mich manchmal tatsächlich schwer, ihren Gedanken dann wieder zu folgen. Weil Gefühle, das Leben, das innere Kind, man selbst betrachtet, man sich eben einfach nie. Irgendwie kühl, mit Abstand oder eben wirklich so gefühllos. Und das hat mir wirklich so, ja, immer mal so einen, ja, so einen Satz verpasst, wo ich so dachte, nee, also, was will mir diese Frau jetzt eigentlich mit ihrem Abstand erzählen? Ich möchte ja keinen Abstand zu mir selbst aufbauen und möchte ihn mir von ihr eigentlich auch nicht so aufs Auge drücken lassen. Also es hat das Buch mit sehr gemischten Gefühlen immer mal gelesen. Ich fand es, wie gesagt, für Anfänger, glaube ich, dass die Gedankenansätze gut sind. Man sollte aber dieses Buch nicht allein, glaube ich, einfach stehen lassen, sondern dann eben auch einfach weitere Lektüre dazu lesen, damit man so ein bisschen einen Gesamtblick auf sich und sein Inneres bekommt. Und wenn man sich eben selbst irgendwie weiterentwickeln möchte, und auch Dinge in sich erkennen möchte, dann hilft das Buch, glaube ich, ganz gut. Aber es ist jetzt für mich nichts, was mich total im Kern erschüttert hat. Da gibt es definitiv andere Bücher oder auch Podcasts oder Ähnliches, wo ich eben sage, dass das hat mich im Inneren wirklich ergriffen und auch was in mir bewirkt. Das habe ich bei dem Buch leider nicht gehabt. Aber wie gesagt, ich glaube eben auch einfach, ich bin halt schon ein paar Schritte weiter, als vielleicht auch die Zielgruppe des Buches ist. Und wenn man sich damit vielleicht zum ersten Mal beschäftigen möchte, dann ist das Buch empfehlenswert, weil einfach von den Gedankengängen, von der Logik und auch wie die Autoren das rüberbringen, dass es ganz okay ist und man schon das Gefühl hat, man nimmt da was mit. Aber meine Erwartung ist nicht ganz erfüllt worden, weil ich sehr viel Positives gehört habe. Aber man muss da, glaube ich, eben auch einfach gucken, wo steht man und wo steht der, der einem das empfiehlt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der Unterschied, was ich gar nicht in irgendeine Wertung bringen möchte. Aber man selbst muss natürlich immer wieder einen Schritt weiter gehen und nicht eher nochmal zurück und irgendwie wieder von Anfang an fangen, weil das bringt einem innerlich halt nicht sehr viel. Es war gut, aber wie gesagt, eher was für Anfänger als wirklich für Menschen, die sich schon länger einfach mit sich selbst und ja, dieser Selbstreflexion und ja, auch einfach mit dieser Selbstweiterentwicklung irgendwie beschäftigt haben. Das Hörbuch der Woche war dann Die Schokoladenvilla, der erste Band dieser Reihe. Es wird wohl eine Trilogie. Es ist der Auftakt davon von Maria Nicolai und mich hat bei diesem Buch auch einfach wieder ein bisschen so dieses leicht historische angesprochen, auch wieder so ein bisschen eine Frauengeschichte, die, ich glaube, 1903 beginnt. Und ich mag solche Geschichten ja sehr gerne seit der Hansensage von Jeffrey Archer und auch das Hören macht mir von diesen Geschichten tatsächlich einfach am meisten Spaß und so habe ich mir auch dieses als Hörbuch ja, zugelegt und die Sprecherin ist Behate Himmelstoß, von der ich tatsächlich noch nichts gehört habe, zumindest nicht bewusst. Ich ihre Stimme und ihren Vortrag sozusagen aber sehr angenehm fand, ich ihr gerne gefolgt bin und ich finde auch wirklich, dass sie das wirklich auch wieder sehr gut gemacht hat und das Hörbuch hat ein bisschen was an die 16 Stunden gedauert und war auch von dieser Zeit her wirklich sehr angemessen, was ja bei mir dann so knapp 8 Stunden sind und das ist wirklich eine schöne Länge, die ich in der Woche ganz wunderbar hineinbringe, wenn ich tatsächlich eben auch ein bisschen aufräumen und solche Dinge mit habe, dann ist das wirklich eine Hörzeit, die ganz wunderbar so bei mir in der Woche passt. Ja, wir sind in Stuttgart 1903 oder 4, wenn ich mich nicht recht verirrt habe und wir begleiten Judith Rothmann und sie ist die Tochter eines Schokoladenfabrikanten, eher in der gehobenen Schicht unterwegs und gerade zur damaligen Zeit erwartet man natürlich von dieser Schicht ein bisschen was mehr, ein bisschen was Besseres und eben auch das jeweilige Verhalten dazu. Ihre Leidenschaft steckt in der Herstellung von Schokolade und sie entwickelt immer wieder neue Ideen dazu und möchte dann eben auch ja, in Gedanken an ihren Vater, wenn der irgendwann mal stirbt, möchte sie das Unternehmen leiten, was für ihren Vater aber überhaupt nicht in Frage kommt, denn zur damaligen Zeit haben eben die Frauen, haben die Mädchen nicht wirklich die gleichen Rechte, wie es die Männer so tun, wie die Söhne es hätten und ja, so soll Judith einen Bankier, oder soll mit einem Bankier verheiratet werden und ja, damit ist sie natürlich überhaupt nicht glücklich, denn sie trifft auf Viktor, der ein neues Leben in Stuttgart begonnen hat oder auch beginnen will und da bahnt sich so ein bisschen eine Liebesgeschichte an, die natürlich ja nicht ganz ohne Folgen bleibt. Der zweite Erzählstrang in der Geschichte kümmert sich um Helene, die Mutter von Judith, die auf Kur ist in Italien und dort merkt, dass das Leben eben auch anders funktionieren kann, als es in Deutschland der Fall war, wo man eben die Frau eines, ja, etwas reicheren, gehobeneren Mannes ist. Sie lernt dort auch neue Menschen kennen, die eben auch zeigen und klar machen, dass das Leben in Stuttgart einfach nicht das Beste für sie ist und es gibt auch so ein bisschen eine Liebschaft und eine romantische Geschichte, wo Helena einfach gar nichts im jetzigen Zeitpunkt ihres Lebens irgendwie damit gerechnet hat und so lernen wir beide Charakterstränge sehr gut kennen und bekommen so ein bisschen ein Komplettbild auch dieser Zeit, was ich sehr besonders und auch sehr gelungen fand. Und das ist auch schon das wirklich Besondere an der Geschichte, dass der Erzählstil wirklich sehr, sehr gelungen ist. Es ist sehr bildhaft, es ist realistisch und man hat einfach das Gefühl, man macht hier eine Zeitreise. Sprachlich, auch wie sich die einzelnen Charaktere unterhalten, klingt so ein bisschen gestelzt und gehoben und einfach wie vermutlich tatsächlich 1903 irgendwelche Menschen miteinander gesprochen haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr gelungen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Man merkt so ein bisschen, dass den deutschen Adel da drin, was ja oftmals eben bei einer englischen Übersetzung vielleicht verloren geht, hier hat mir das wirklich sehr gut gefallen, dass man so ein echtes Gefühl dieser Zeit bekommen hat. Zudem wird Stuttgart und die Schokoladenfabrik und dieses ganze Umfeld wirklich sehr gut beschrieben. Es kommt nicht für mich an die Hansensager ran, auch nicht vom Gefühl her an Downton Abbey, ist aber schon wirklich eher höher angesiedelt in den Büchern, die ich dazu einfach dieses Jahr gehört beziehungsweise auch gelesen habe. Die Gewohnheiten der damaligen Zeit sind gut aufgegriffen und man hat wirklich ein Gefühl, ja, dass man da einfach mit dabei ist. Also das, man wird so hineingeworfen, man macht diese Zeitreise und es wirkt auch an fast allen, ja, Informationsstellen sehr glaubhaft und ja, das hat mir einfach große, große Freude beim Lesen, Hören bereitet. Auch die Dienerschaft hat mich sehr überzeugt und ich mochte auch die Darstellung so ein bisschen der Unterschicht und der Unterschiede zwischen Dienern, zwischen der gehobenen Klasse, zwischen den Arbeitern, all denen, die wir so kennengelernt haben, dass es da einfach Unterschiede gibt, dass sich jeder auch diesem Unterschied bewusst ist. Während man das ja heute gerne leugnet, war das damals ja doch sehr klar, was bin ich, wo gehöre ich hin und wie verhalte ich mich zu jeweils dem anderen, ja, und das fand ich auch tatsächlich sehr, sehr gelungen von Maria Nicolai rübergebracht. Das Frauenbild war ebenfalls sehr realistisch, wurde gut rübergebracht und wenn es auch an mancher Stelle tatsächlich unnötig übertrieben wirkte, glaube ich tatsächlich, dass es einfach so war. Also alles, was man so dokumentarisch über diese Zeit weiß und geschichtlich sich damit ein bisschen befasst hat, der kann sehr gut nachvollziehen, was die Frauen eben zu dieser Zeit einfach erlebt haben, durchgemacht haben, wie ihre Stellung war, wie sie damit gelebt haben. Manche haben sich in dieses Rollenbild natürlich auch reinfallen lassen, waren eben auch einfach so, andere konnten damit nicht so richtig leben und haben natürlich dann auch für den Fortschritt in den Frauenrechten irgendwie gesorgt. Es war leider an mancher Stelle doch ein bisschen überspitzt und übertrieben und das hätte es für mich tatsächlich überhaupt nicht gebraucht. Das war mir manchmal eine Spur drüber und davon bin ich nicht immer so der größte Fan, aber ich fand es tatsächlich sehr gelungen und auch sehr gut. Es war auch sehr fein oder feinfühlig erzählt. Das fand ich sehr besonders. Also ich glaube, man merkt ja auch einfach, dass sich die Autorin sehr damit beschäftigt hat, auch sich sehr in diese Charaktere irgendwie hineinversetzen konnte. Wir hatten viele Emotionen, viele Gedanken, was so ein ganz tolles Rundherum-Bild abgegeben haben und man konnte einfach mitfühlen und mitfiebern und das finde ich tatsächlich einfach sehr wichtig. Ich brauche eine Protagonistin, mit der ich ein bisschen mitfiebern kann in dieser Zeit, deren Gründe ich verstehe, warum sie etwas tut und das war hier mit Judith auf jeden Fall geschaffen und auch Helene wurde uns ganz, ganz toll rübergebracht und das hat mir wirklich großen Spaß beim Hören bereitet. Leider war die Geschichte aber doch sehr vorhersehbar, was ich ein bisschen schade fand, dass nicht einfach mal wieder ein neuer, anderer Weg gegangen ist und man ahnt einfach, wo diese Geschichte hingeht. Das ist per se nicht schlecht, denn, dass nicht das Ziel ist, nein, nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg, der Weg ist das Ziel. So rum, also, ihr versteht, was ich meine, es ist ja wie bei einer Liebesgeschichte, wo man weiß, es geht auf ein Happy End, wenn aber der Weg dahin schön ist, dann ist es am Ende egal, dass man wusste, dass sich die beiden kriegen und so ist im Grunde auch diese Geschichte ein bisschen. Man weiß in etwa, wo es hingeht, es wird relativ früh klar, wo die Charaktere sich positionieren und man ahnt dann eben einfach den Weg, der dann eben auch zu 90% so kommt. Der Weg ist aber sehr gelungen, also es hat mir wirklich Spaß gemacht, aber ich hätte mir tatsächlich ein paar Wendungen gewünscht und auch erwartet, die mal anders sind, die da herausbrechen. Ich finde einfach, man kann so eine Geschichte auch anders erzählen. Nicht, dass ich das besser könnte, das will ich damit nicht zum Ausdruck bringen, aber man hat das eben einfach immer mal wieder erlebt, wenn Geschichten, die eigentlich gut funktionieren, die toll sind, wenn die einfach auch mal einen anderen Weg einschlagen, dass die dann einfach nochmal so einen anderen Input dem Leser geben und das hätte ich hier fast ein bisschen erwartet, hätte mich darüber auch einfach gefreut, weil so diese Rundherum-Geschichte einfach sehr gelungen war, aber so dieses Vorhersehbare fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber sonst ist auch diese Geschichte wirklich sehr, sehr gelungen. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, hier zu hören. Ich bin so sehr gespannt auf den zweiten und auch den dritten Teil, die ich wohl ebenfalls hören werde und freue mich einfach so bei diesem Schokoladen-Feeling irgendwie dabei zu sein und das ist natürlich auch so der Kern der Geschichte. Dies dreht sich natürlich um Schokolade und ich muss ganz ehrlich sagen, es war beim Hören auch immer ein besonderer Genuss, sich so ein Stückchen Schokolade dazu zu nehmen und sich so vorzustellen und zu wissen, wie wurde das damals hergestellt, wie war das so und sich das so auf der Zunge zergehen zu lassen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wer diese frühhistorischen Bücher sozusagen mag, da so ein bisschen was sucht, der ist hier auf jeden Fall richtig und wird auf jeden Fall hier auch seinen Lese- und höher Spaß haben. Das wohl letzte Weihnachtsbuch in diesem Jahr war dann das Weihnachtscafé in Manhattan von Catherine Gabera. Ich hoffe, dass man sie so ausspricht. Ich wollte diese Geschichte eigentlich noch vor Weihnachten lesen, habe ich aber leider nicht geschafft. So habe ich sie jetzt einfach ja nachwährend Weihnachten gelesen, was für mich auch absolut in Ordnung ist und ja, wie der Titel schon sagt, sind wir in Manhattan, sind wir in New York City, wir sind auf der Fifth Avenue und ja, treffen ja einige unsere Charaktere im Candle Apple Café und welches weihnachtlich geschmückt wurde durch Iona, die zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen dieses Café eröffnet hat und eben sehr viel Wert auf wunderbare Dekorationen legt und natürlich auch alle in Weihnachtsstimmung damit bringen möchte, auch uns Leser. Für eine Zusammenarbeit, die irgendwie ansteht, trifft sie auf den Hotelchef Mats, der vor kurzer Zeit erst seine Frau verloren hat und mit seiner sechsjährigen Tochter Sophia ja, die Weihnachtszeit nicht so richtig genießen kann, weil die Trauer einfach noch zu nah ist, noch zu präsent ist. Er ist irgendwann so verzweifelt, dass er nicht auf Iona trifft, dass er kurzerhand einfach in dieses Café geht, da dieses Café eben bekannt ist für seine exklusiven Pralinen, mit denen er eben auch zusammenarbeiten möchte, die er in seinen Hotels anbieten möchte. Da die Frauen aber, wie gesagt, immer diese Treffen absagen und verschieben, fährt er einfach mal hin und trifft dort natürlich auf Iona und wie es der Zufall so möchte, sind sie dann auch noch irgendwie entfernte Nachbarn, sage ich mal so, und merken, dass sie doch irgendwie einen Draht zueinander haben, den sie aber eigentlich gar nicht wollen und so beginnt natürlich ein bisschen dieses Weihnachtswunder im Weihnachtscafé in New York City hinter einer Kulisse, die ich einfach großartig fand und ich bin einfach New York City Fan, wenn es um die Weihnachtszeit geht, nicht, dass ich da schon mal gewesen wäre zur Weihnachtszeit, aber eben einfach, ja, was man so aus Filmen und Büchern kennt, glaube ich, dass das eben eine ganz tolle Zeit ist in dieser Stadt. Der Schreibstil war zu Beginn leider sehr holprig. Es hat einige Seiten gebraucht, bis ich mich in die Geschichte gefunden habe, bis ich mich an den Schreibstil gewöhnt habe, der irgendwie gefühlt nicht richtig rund war, was ich sehr schade fand, weil ich bei so leichter Kost eigentlich erwarte, dass ein Schreibstil auch sehr gut funktionieren kann, sehr schnell, sehr gut funktionieren kann und das hat mir hier tatsächlich ein bisschen gefehlt. Auch die Liebesgeschichte war doch auch sehr, sehr vorhersehbar. Es macht natürlich Spaß, die Wege mit den Charakteren zu gehen und man hat auch einfach diese wunderbare Weihnachtsstimmung im Hintergrund und natürlich auch so die einzelnen Charaktere, ihre Gefühle, was sie dabei denken und dachten und man begleitet die gerne, aber auch hier das Zuvorhersehbare macht eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz so viel Spaß, als wenn einen Dinge einfach überraschen können. Zudem muss ich leider auch sagen, dass die Beschreibungen der Orte und Charaktere eher oberflächlich waren und es fehlte mir persönlich an Atmosphäre. Also was ich vorher bei der Schokoladenvilla wirklich gelungen fand, dass ich mir diese Zeit vorstellen konnte, die Welt, die Stadt, die Charaktere, die Kleidung, all das hat mir hier irgendwie gefehlt. Ich konnte mir New York City nicht vorstellen, das Café nur sehr schwammig, die Charaktere hatten kein so echtes Gesicht, auch ihre Gedankengefühle, das war mir nicht immer so klar, man kam nicht so richtig rein zu diesen Charakteren, dass man die irgendwie gefühlt hätte, gelebt hätte und das fand ich tatsächlich sehr schade, dass das einfach so oberflächlich war, dass man zwar schon weihnachtliche Stimmung gespürt hat und das auch sich auf einen übertragen hat, aber alle anderen Dinge sind so ein bisschen fern geblieben, als würde man eben ja tatsächlich durch, dass diese Glasscheibe des Cafés nur zuschauen und nicht drin sitzen und das irgendwie miterleben. Das fand ich sehr, sehr schade, weil man muss, wie gesagt, eben auch einfach so ein bisschen den Charakter spüren können, um mitzufiebern, um mitzugehen und das muss gar nicht der Hauptcharakter sein, der Protagonist oder die Protagonistin, es kann ja durchaus auch eine nahestehende Person irgendwie davon sein, mit der man irgendwie mitgeht, wo einem dann eben auch einfach alles andere klar wird, aber das hat mir hier leider irgendwie gefehlt und mir kam auch einfach New York City, viel, viel zu kurz. Ich meine, der Buchtitel hat was mit Manhattan und dann erwarte ich natürlich auch, dass mir Manhattan ein bisschen gezeigt wird, dass man eben einfach mal Straßen entlang geht, dass einem gewisse Dinge gezeigt werden, die man eben schon kennt aus New York City, aus Manhattan und ja, das war hier leider überhaupt nicht so richtig ja, greifbar oder vorhanden. Es war einfach nicht bildhaft erzählt, was ich sehr, sehr schade fand, denn ich hätte mir hier wirklich sehr viel vorstellen können und ja, es ist halt einfach New York City, daraus kann man eben einfach was machen und ich bin hier tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Fall war. Es war eine okay Geschichte, aber leider nicht die beste, die ich gelesen habe, ganz egal, ob es da um Weihnachten ging oder um eine Liebesgeschichte. Es war irgendwie okay und es hat auch so ein bisschen gepasst, aber ja, es ist jetzt nichts, was ich irgendwie weiterempfehlen würde. Es war einfach okay. Es gibt definitiv schönere Liebes- und Weihnachtsgeschichten oder in Kombination mit beiden, als es das Buch von Catherine Katharina, Catherine Gabera irgendwie war. Ja, ein doch etwas okayer Bücherwoche, wie ich finde, wo ich sage, es muss eben auch einfach mal so sein, die Schokoladenvilla reißt es zum Glück so ein bisschen heraus und ja, ist auch absolut in Ordnung für mich. Man kann ja nicht nur Highlight-Bücher lesen. Ich habe ja morgen auf jeden Fall vor auch meine Jahrestatistik zu beenden, die ihr ja schon im Grunde gesehen habt und ich bin da auch einfach sehr gespannt, wie viele Tops, wie viele Flops da irgendwie dabei sind. Ja, ich bin da selbst unglaublich neugierig. Ja, weiterhin habe ich die dritte beziehungsweise vierte Staffel von den Gilmore Girls geguckt. Also ich gucke da wirklich ein, zwei Folgen jeden Tag, manchmal auch drei, je nachdem, wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe. Am Wochenende durchaus versuche ich das so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, natürlich auch mit dem Lesen und ja, das ist mir natürlich, hat man über Weihnachten ein bisschen mehr Zeit, weil man auch einfach frei hat und ja, da kann man da natürlich auch ein bisschen Serie schauen. Ich mag nach wie vor einfach Stars Hollow, ich mag dieses Örtchen, diese Städtchen, ich mag diese vielen Nebencharaktere, die ich großartig speziell und sympathisch und ins Herz geschlossen habe. Ich habe nach wie vor meine Probleme mit Rory und Loreley und ich glaube einfach, dass ich damit auch leben muss, dass ich kein großer Fan der beiden Hauptcharaktere werde, aber eben so dieses Zusammenspiel mit allen anderen einfach ganz wunderbar finde und ich finde auch einfach schön, dieses Wohlfühlgefühl, was ich eben einfach spüre, das macht mir einfach auch großen Spaß und ist sowas, wo man einfach mal abtaucht, wo man auch mal lachen kann, wo man gefühlsmäßig mitgeht und ja, auch Charaktere einfach da sind, die ich ja schon ins Herz geschlossen habe und wo ich eben einfach wissen möchte, wie es mit denen weitergeht und ich natürlich auch gespannt jetzt irgendwie bin, was mit Rory und Loreley und allen anderen so passiert, aber ich habe einfach meine Probleme mit den zwei Hauptcharakteren, weil vieles, wo ich mich anfangs noch so mit Rory, ja, im Grunde verstanden habe, wo ich einfach gesagt habe, als Jugendliche war ich Rory doch sehr ähnlich, das lässt jetzt so ein bisschen nach, weil Rory doch sehr so wird wie ihre Mutter und Loreley ist halt so ein Mensch, den ich ja nicht so richtig nachvollziehen kann, wo ich denke, Mensch, irgendwann sollte man mal aus all seinen Fehlern auch lernen, das Gefühl habe ich hier halt gar nicht, zudem ist sie mir auch unglaublich anstrengend, also ich glaube nicht, dass ich mit Loreley als Mensch so zurecht käme, wenn die in meinem Freundesbekanntenkreis wäre, ja, oder wenn ich die gar selbst wäre, das wäre glaube ich eine Horrorvorstellung, aber ja, na, aber ich mag trotzdem einfach das Gefühl, was mir übermittelt wird, ich mag dieses Kleinstädtchen, das hat mir auch bei Redwood Love so gefallen, wo ich sage, okay, Liebesgeschichte hin oder her, das Städtchen war toll, die Nebencharaktere waren toll und wer da Buchtipps hat oder auch Serientipps, der kann die gerne mal in die Kommentare schreiben, da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich möchte jetzt noch etwas Kleines ansprechen, eher so in eigener Sache, ich habe bald Geburtstag und habe dazu auf Facebook eine kleine Spendenaktion eingerichtet, man kann ja auf Facebook so etwas seit einiger Zeit machen, dass man eben sagt, ja, ich möchte eigentlich nichts geschenkt bekommen, spendet bitte einfach was im Freundes- und Bekanntenkreis und das auch für einen guten Zweck. Ich habe so etwas Kleines eingerichtet und zwar für meine Herzensprojekt, für meine Herzensangelegenheit 7 Katzenleben e.V. das ist im Grunde ein spanischer Tierschutzverein oder ein deutscher, der aber in Spanien wirkt, der dort eben Katzen aus der Tötungsstation herausholt, sich um diese kümmert, auch Kastrationsprojekte im letzten Jahr gemacht hat und dann eben auch natürlich Katzen vermittelt, nach Deutschland auf Pflegestellen gibt und ich unterstütze ja diesen Verein hauptsächlich, also wenn ich spende, dann an diesen Verein, weil ich da eben auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, da auch wirklich immer ein bisschen mehr mitbekomme, erfahre, was da gerade so läuft und ich das einfach sehr wichtig finde, dass wenn man etwas spende, dass man einfach weiß, wo es hingeht und natürlich kann man jetzt sagen, warum unterstützt du irgendwie ein ausländisches Tierheim, eine Organisation, warum nicht was inländisches, dem sei gesagt, ich unterstütze auch inländisches Tierschutz, Tierheime, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, immer wieder von mir von Futter spenden, aber mir liegt halt gerade ja irgendwie dieser Verein sehr am Herzen und das schon über viele, viele Jahre und ich habe ja so eine Bücherkasse zum Beispiel, wo für jedes gelesene Buch zwischen 50 und 2 Euro ja im Grunde eine Kasse kommt und wo ich immer ab einer gewissen Summe diese Kasse leere und dann auch das dann im Grunde spende und wenn man jetzt weiß, wie viele Bücher ich in etwa lese, kann man sich vorstellen, dass da doch immer ein bisschen was Kleines zusammenkommt und ich glaube halt einfach, wenn jeder ein bisschen was tut, dass man damit die Welt besser machen kann und ich würde mich über jeden Euro, über jede Spende einfach freuen und ich packe euch die Spendenaktion einfach mal unten in die Infobox. Wer noch Lust hat, ja, würde ich mich wie gesagt super darüber freuen, wenn ihr mir irgendwie eine kleine Freude machen wollt, dann lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen und ich denke, dass das Geld eben einfach bei diesem Verein auch sehr, sehr gut angelegt ist und ja, so viel dazu. Es ist immer ein bisschen komisch, über sowas zu sprechen, aber ich hoffe, ja, ihr versteht einfach meinen Gedanken so ein bisschen dahinter und ich würde mich freuen, wenn ihr mich und den Verein dadurch dann eben auch einfach ein bisschen unterstützen könntet. Und das war es jetzt auch schon von der Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls eine schöne Woche. Für euch ist es ja die Neujahrswoche und vielleicht wollt ihr mir auch einfach erzählen, was ihr gerade als Serie guckt, was ihr da für Empfehlungen habt, was ihr gerade gelesen habt, was vielleicht auch euer Highlight im Dezember war. Hat immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich da sehr auf einen Austausch und ja, ich habe nichts vergessen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.